Die Geschichte vom dreistesten Diebstahl aller Zeiten und vom Kind, das die Diebe besiegte. Wie alt bist du, Momo? 100. Wer Momo war, das wusste keiner. Aber von einem Tag auf den anderen war sie plötzlich da. Heute habe ich verstanden, Momo. Du darfst nie die ganze Straße auf einmal denken. Immer nur den nächsten Schritt, den nächsten Besenstrich. Mach mehr aus deinem Leben, spare Zeit. Wenn ich erst genug Zeit gespart haben werde, dann werde ich zu leben beginnen. Wegen euch wollen alle Zeit sparen. Erklären Sie uns das hier, Schrägstrich B. Ein Kind, das die Wahrheit weiß. Ein Kind, das versucht hat, andere zu warnen. Langsamer geht's schneller. Mhm. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020